Amerika wird angegriffen und der Krieg wird zum Weltkrieg. Eine neue Generation von Staatenlenkern steht vor ihrer größten Prüfung. Soldaten, die einst den Ersten Weltkrieg ausfochten, kehren auf die Schlachtfelder zurück. Die Alliierten drängen die Deutschen zurück. Hitlers Gebaren wird immer wahnhafter. Das Programm ist klar. Es lautet vollkommene Ausscheidung, erstlose Krönung. Drei Jahrzehnte der Gewalt. Und noch immer ist kein Ende absehbar.